Wie ist das Böse in die Welt gekommen? Gott selbst hat es erschaffen. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor. Aus seinem guten Schatz des Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor. Aus seinem bösen Schatz. Sarah! Kristoff! Samara! Der hat mit dem Blut seiner Opfer gemalt. Es kam gerade in Nachrichten. Sie haben ihn. Sie haben das Schwein gefangen. Hättest du dich für einen guten Menschen? Du bist gut, ich bin böse. Das ist die Rollenverteilung. Du wirst in der Hülle schon. Die härteste Prüfung steht dir noch bevor. Ich, ich werde dich prüfen. Hinter mir! Er hat nichts gehabt, nichts! Das Böse ist ein Virus. Absolut ansteckend, absolut vernichtend. Du bist schon infiziert. Ihr lügt doch! Ich versuche dich! Das Böse ist ein Virus. Und du bist schon infiziert. Das Böse ist ein Virus. Verbrechen, die ist auf Как ein Tod. Ich versuche dich! Ich versuche dich! Untertitelung des ZDF, 2020